Der Aufstieg in luftige Höhen ist in vielerlei Hinsicht ähnlich wie der Weg, der sich in sein Leben nennt. Es gibt Phasen, da fühlen wir uns unsterblich und da gelingen uns alles. Aber die Phasen dauern meistens nicht ewig. Es kommen wieder Wegabschnitte, die Schwierigkeiten mit sich bringen. Situationen, wo man abzurutschen kann. Für die Situationen gibt es Menschen, die ihnen auffangen, helfen und den Weg mit ihnen gehen. Die Menschen haben Lösungen bereit, damit man zukünftig die Situationen besser meistern kann. Genau die Menschen können wir für sie sein. Wir kümmern uns um ihre Versicherungen, damit es in schwere Situationen aufgefangen wird. Das Heinrich der Großen 3. Untertitelung des ZDF, 2020